Hallo meine Lieben, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Heute ist der 31.12.2017 und somit der letzte Tag von diesem Jahr. Ja, ich wollte euch heute wieder ein bisschen durch den Tag mitnehmen und wir haben es zwar schon relativ spät, mein Handy ist gerade in Benutzung, es ist denke ich mal schon 17 Uhr. Ja, wir wollen euch heute ein bisschen mitnehmen, es ist ungefähr 17 Uhr gleich, wir wollen gleich essen schon und dann werde ich euch einfach durch den Abend so ein bisschen mitnehmen, wie wir so ein bisschen, was wir machen, wie wir den Countdown erleben und was wir danach noch machen. Ähm, ich hoffe euch gefällt's. Jetzt geht es erstmal darum, dass die Kleinen fertig sind. Ich habe die Mail schon umgezogen, die liegt hier, da ist meine Schwester und Felix, ist gerade dabei den Bandit umzuziehen. Wir machen auch gleichzeitig gerade einen Livestream auf Instagram. Ähm, wer uns da noch nicht folgt, ich, äh, verlinke euch das in der Infobox und dann, äh, ja, könnt ihr auf jeden Fall da auch mal vorbeischauen. Der Große sitzt noch im Kinderbett, den zeige ich euch auch gleich mal. Das ist der Große, er hat, äh, äh, noch eine Jacke an und er neue Schülchen bekommen von Nike. Die sehen so aus und, genau, sitzt hier gerade in Winterjacke und Mütze und, genau, die Mail ist hier. Sie hat so ein Set von Stackhorn an. Von Staccato, nicht von Stackhorn. Ähm, genau, also so ein kleines Kleidchen und so eine Leggings. Genau, richtig süß. Das ist unsere Katze. Und hier ist gerade unser Livestream. Und Felix zieht gerade den Bandit um, genau. Achtet aber schön auf den Livestream, was die hier so sagen. Und Bandit bekommt, oder hat jetzt, sein, äh, Noppy-Set an. Das kennt ihr bestimmt auch schon ganz, ganz viel. Jetzt hat er ihn in, äh, Ashwick auch an. Genau. Einmal eine gestreifte Hose und einen Pulli. Und dann hat er noch so kleine Schülchen an. Was er sehr gut gemacht hat. Jetzt muss er seine Haare machen. Oder das ist... Ne, Mara machst lieber du. Okay, dann mach ich gleich. Ich halte dich, nachher reiß ich die noch raus. Okay. Dann ist vielleicht jetzt entlassen, oder? Ja. Leute, was sagt ihr dazu? So, Malis. Wir haben eine Frage im Livestream bekommen, ob wir heute knallen. Ähm, also, an Silvester ist es immer so, wir knallen eigentlich relativ viel. Aber dieses Jahr haben wir nur ein Paket gekauft, weil wir heute, äh, dieses Jahr dachten, wir wollen das nicht so groß machen. Was? Der hat mir gerade geschrieben, ich habe nächste Woche mit auf wieder Fahrschule. Der Böhm, Böhm, Böhm. Also, ihr seid jetzt alle mit im Vlog, wenn ihr irgendwas sagen wollt, dann müsst ihr jetzt was sagen. Ähm, was esst ihr heute? Wir essen heute Kartoffeln mit Fleisch. Ich weiß es nicht ganz genau, meine Mutter ist gerade am Kochen schon. Kannst du mich im Video begrüßen? Okay, Chiara, ich grüße dich. Hiermit, also wer noch gegrüßt werden will in diesem Video, müsst ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Das wird ein, das wird ein richtig cooler Vlog, glaube ich. Ja, der Ben ist fertig. Hat super süße Schülchen an, von Alana sind die. Äh, ein Noppy-Set, wie gesagt, das steht ihm perfekt, deswegen habe ich das gleich nochmal in Grau bestellt. Jetzt, das sollte auch Montag ankommen, also morgen, ne, Dienstag, morgen ist der Feiertag. Und, genau, da werde ich jetzt so ein Haar machen mit einer Zahnbürste und unserem Wasser, genau. Mich auch grüßen, My Reborn Baby, ich grüße dich hiermit in diesem Video. Kumpi! Hier ist unser Rüttemberg. Mehri war es. Mehri war es? Das hast du deiner Verteidigung zu sagen? Ja. Alles, was du jetzt sagen wirst, kann und wird gegen dich verwendet werden, ne? Hehehehe. Verteidigung zu sagen, dass sie gerade meine Unterwäsche im Internet gezeigt haben. Ja, okay, zumal halt. Bord, bord, bord. Äh, ja. Ah, dann kannst du auch hier wieder reinschmeißen. Ja, kann ich das? Was isst du da? So, Leute, wir haben jetzt gegessen und ich habe die Kleine ein bisschen fertig gemacht. Die liegen jetzt hier im Bettchen. Und ich habe das Bettchen so ein bisschen aufgeräumt und hier so eine kleine Nestchen gebaut, wie ihr seht. Einmal für Mel in Blau und für Benetton in... Äh, für Mel in Rose, für Benetton in Blau, genau. Und da haben sie einmal ihr Öko-Schuller, ihr normalen Schuller, Kuscheltier, Öko-Schuller und normalen Schuller. Und genau, da liegen sie hier. Und der Große sitzt da in der Ecke, hat was Neues anbekommen. Und dann sieht das gerade hier so aus. Hier sind die kleinen Mäuse am Schlafen. Und draußen geht schon einiges ab, was Böller und so angeht. Genau. Felix ist Schultier. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich gestehe mich schuldig. Was haben Sie denn getan? Ich weiß nicht. Ganz dicht an mich reingemacht mal. Dann werden wir die Kugel wieder her. Mehr ist ehemann. Neues Blatt und neuen Deckel hier. Hm, hm. Äh, vier, fünf, hm, ja, ne? Ja, vier, vier, fünf, fünf, acht, sechs, sechs, sechs. Ja, ne, vier, fünf, 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 sechs, 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 sechs. Ja, na, pass auf, hier kann das auch mit Knüppeln einfach so werben. Du wolltest doch zwei Knüppeln letztes Spiel oder nicht? Ja, nein, nur einen. Na, stimmt, ja, da muss ich frei sein. Ne, du hattest zwei, aber der eine konnte es nicht aufschreiben. Aber ihr hättet mich bestimmt so ausgelachen, wo ich es so gemacht habe, so seht ihr aus und dann wäre es was anderes gewesen. Fisch ist richtig, was für ein Fisch? Eingelegt, in Dose. Oh, das sieht nicht so ausgelachen. Mama! Oder hier, Marge. Hey, du musst einziehen. Mama! Ich habe meine Eins. Hey, guck mal, Merlin an, Mavi. Mavi, du willst du noch mehr? Okay, von zehn runter. Mavi, schlussst du an mit Zeta oder wie ist das? Ja, Jonas. Das Problem ist ein ganz laut, Mavi. Wir müssen noch mehr in die Stoß mit dem Katzenkopf. Komm, hundert! 30 Sekunden, Leute! Hundert! Mama, komm schnell! Wo ist der neue Doppel? Ich auch. Das letzte Mal gespielt in diesem Jahr. Das letzte Mal gerustet. Und das Matrix auch. Muss man auch noch mal. Ich bin da. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Flusskreuz! Neue Doppel! Nicht anstoßen! Hallo! Wo ist neu? Flusskreuz! Oh, Meri! Ey, das war ja wieder klar! Ja! Wuuu! Ich wünsche die Menschen im Feuer ein gesundes Neues Jahr! Die Menschen in Frankfurt und in Bremen! Wiedersachsen in Berlin! Und ich wünsche einfach... ... ... ... ... ... ... ... Schmeißen! Mehr doch mal in deinem Griller! Hier! Schmeißen! Nee, das gibt's nicht Schmeißen! Ah! Wieso funktioniert das? Scheiße, was hier ist! Ja, hier habe ich ein Feuer los! Der lässt sich hier runter! Oh, du machst das! Der lässt sich hier runter! Was? Dein! Der hat die Feuer und die Feuer weggebrogen! quasi! Da die hier irgendwo ab und man die auf kein Licht hält! Oh Gott! Nein! Komm, nein! Was? Fass er! Wieso ist der überhaupt in seiner Sprüche? Ich muss ihn ein bisschen einbuddeln, Papa. Tschüssi! Tschüssi! Tschüss! Goal, schau nicht! Komm! So, hier ist die, die steht da! Alles! Die war eine Reihe. Die war eine Reihe. Machen wir schon linken. Haben wir auch alle ... Vielen Dank.